Hallo, über unsere Filmreihe über Gebisse behandeln wir heute das Thema Anatomie am Pferdekopf. Wie ist ein Pferdeschädel aufgebaut, wo wirkt ein Gebiss, wo liegt ein Gebiss und was muss man beachten bei der Verschnallung. Wenn man sich einen solchen Pferdeschädel anschaut, dann besteht er aus dem Oberkiefer und aus dem Unterkiefer. In dem Unterkiefer, auf der Unterkieferlade, liegt die Zunge. Verbunden ist der Ober- und der Unterkiefer über das Kiefergelenk. Doppelt so breit wie zwei Fingernägel, viel größer ist so ein Kiefergelenk nicht, also im Verhältnis zu einem Pferdeschädel doch relativ klein. Und wenn das Pferd die Schneidezähne geschlossen hat, dann erfolgt beim korrekten Reiten, also beim losgelassenen Pferd, eine Verschiebung zwischen Ober- und Unterkiefer. Wenn man sich jetzt mal diesen Platzbedarf anschaut, in diesem Bereich, wo das Gebiss liegt, dann wird man feststellen, dass ohne Zunge der Abstand zwischen Ober- und Unterkieferlade maximal 3,5 bis 4 cm beträgt. Also relativ klein und die Zunge, die einen sehr starken Eigenmuskelanteil hat, liegt wie ein Polster zwischen Unterkieferlade und dem Gebiss, was dann auf der Zunge liegt. Das heißt, der Platzbedarf, der wirklich zur Verfügung steht für das Gebiss, beträgt im Durchschnitt nur 3,5 bis 4 cm. Die Zunge müssen wir abrechnen. Und die Zunge als starker Muskel sozusagen hat natürlich variiert. Das heißt, zwischen 2,5 cm muss man einfach für die Zunge abziehen. Das heißt, der Platzbedarf, der für so ein Gebiss bleibt, sind in der Regel nur 1,5 cm. Das heißt, ganz wichtig ist also, dass wenn ein Gebiss zu groß ist und dieser Platzbedarf zu gering ist, dann kann es natürlich auch für das Pferd unangenehm sein. Es können Scheuerstellen entstehen. Also ganz wichtig, dass das entsprechend den anatomischen Verhältnissen angepasst wird. Ganz wichtig ist natürlich auch, ein Gebiss wird ja in einer Trense verschnallt. Das heißt, es gibt in der Regel einen Reithalfter. Was muss man dabei beachten? Wir haben einmal das Nasenbein. Das Ganze ist nach unten freitragend auslaufend. Wir haben das Jochbein. Auch das ist bei jedem Pferd etwas unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Pferde mit einem sehr stark ausgeprägten Jochbein. Und es gibt Pferde, wo das eben sehr gering ausgeprägt ist. Dann haben wir einen Nervenaustrittspunkt im Oberkiefer und einen Nervenaustrittspunkt im Unterkiefer. Und das ist natürlich entscheidend für die Verschnallung der Reithalfter. Die sollten natürlich niemals auf dem Jochbein sitzen, aber auch nicht auf dem Austrittspunkt der Nerven. Denn wenn so ein Nerv dann durch einen Reithalfter eventuell Druck bekommt, dann wird das Pferd auch nicht zufrieden ans Gebiss herantreten. Ein wichtiges Maß ist auch die Breite in der Unterkieferlade. Also in dem Bereich, wo das Gebiss liegt. Das heißt, der Abstand von rechter zu linker Unterkieferlade beträgt im Durchschnitt auch nur 3,5 cm. Das heißt, die Zunge als Polster liegt immer dazwischen und ist immer breiter wie die Unterkieferlade. Die Durchschnittsbreite einer Zunge liegt so zwischen 5,5 und 6,5 cm. Und wichtig ist natürlich, dass die Gebisse auch von der Weite passen. Dann, wenn das Gebiss nachher nicht mehr auf der Zungenmitte liegt, sondern sich nach rechts und links verschiebt, kann es ja auch in diesem Bereich Probleme geben. Hier sehen wir jetzt mal mit so ein paar bunten Punkten abgeklebt das Jochbein. Ganz wichtig eben, dass das Reithalfter nicht auf dem Jochbein liegt, nicht über das Jochbein verschneilt wird. Das Reithalfter von der Höhe, das ist der Hauptnervenaustrittspunkt im Oberkiefer. Hier haben wir den Hauptnervenaustrittspunkt im Unterkiefer. Ganz wichtig ist, dass eben je nachdem, welches Reithalfter verwendet wird, es weder auf diesem Punkt noch auf dem oberen Austrittspunkt des Nervens liegt, dann wäre das Reithalfter korrekt verschnallt. Denn wenn diese Nerven durch ein falsch verschnealltes Reithalfter Druck bekommen, dann kann es auch da eben zu Anlegungsproblemen und dann zu Problemen der Ausbildung kommen. Hier sehen wir ein Pferd von der Maulspalte her, die sehr kurz ist und die hier an der Lefze, in diesem Bereich, wo das Gebiss liegt, sehr, sehr wenig Fleisch hat. Wenn man so einem Pferd dann einmal die Lefze auseinanderklappt, dann wird man auch sehen, dass die Zunge den Platz, der zwischen Ober- und Unterkieferlade ist, fast vollständig ausfüllt. Also hier sieht man schon, dass das auf jeden Fall ein Pferd ist mit einem sehr geringen Platzbedarf. Und wenn man bei so einem Pferd ein Gebiss verschneiden empfehlen würde, sollte man auf keinen Fall ein zu dickes Gebiss benutzen, weil dieses Gebiss dann dieses kleine, weiche Lefze einfach nur unnötig weiten würde. Und wie gesagt, der Platzbedarf im Pferdemaul sehr gering ist und auch da eventuell dann Kontakt mit dem Oberkieferlade bzw. dem Gaumen erfolgen könnte. Also hier sehen wir auf jeden Fall ein Pferd, wieder allein vom Kopf her schon sehr fein, sehr edel und eine extrem kurze Maulspalte und auch hier sehr, sehr, sehr wenig Fleisch. Das ist schon eher selten und natürlich für die Gebisswahl auch nicht so einfach, weil gerade auch hier die Reithalfterverschnallung natürlich sehr korrekt und bewusst ausgewählt werden muss, damit eben das Gebiss, weil es doch sehr tief liegt, durch diese kurze Maulspalte entsprechend auch Platz hat und dann auch richtig einwirken kann. Hier sehen wir, dass eben die Zunge deutlich schmaler ist oder von der Dicke nicht so dick ist wie bei einem anderen Pferd, aber auch hier der Platz zwischen Ober- und Unterkieferlade ausgefüllt wird. Hier sehen wir jetzt ein Pferd mit einer kurzen Maulspalte, aber hier deutlich zu sehen, viel mehr Fleisch als bei den anderen Pferden und wenn man bei so einem Pferd jetzt auch die Lefze mal auseinanderklappt, sieht man hier doch relativ sehr viel Fleisch in diesem Bereich. Auch das variiert bei den Pferden und auch das muss man bei der richtigen Gebissauswahl natürlich beachten. Hier sehen wir auch sehr deutlich, wenn man die Lefze an die Seite klappt, dass dieses Pferd eine sehr kräftige Zunge hat und dadurch der Platzbedarf eben zwischen Ober- und Unterkieferlade eben eingeschränkt ist. Hier haben wir jetzt ein Pferd mit einer Maulspalte, wie wir sie heute im Durchschnitt bei Pferden vorfinden. Nicht zu kurz, nicht zu lang, nicht zu wenig Fleisch, aber auch nicht zu viel, auch hier innen drin nicht zu viel Fleisch und wenn man hier jetzt die Lefze mal ein bisschen an die Seite klappt, dann sieht man eben auch hier, dass die Zunge nicht zu extrem dick ist. Das heißt, bei so einem Pferd hätte man, was die Gebissstärke anbetrifft, überhaupt gar kein Problem. Ja, so würde man sich das eigentlich heute wünschen, dass eben die Maulspalte nicht zu kurz und nicht zu viel Fleisch an der Seite hat. Das heißt, es geht um die Maulspalte nicht zu viel Fleisch an der Seite und nicht zu viel Fleisch an der Seite. Vielen Dank.